Die Beine einmal anstellen, die Knie leicht auseinander und das Gesäß einmal abheben. Jetzt das Bein wegstrecken, den Fuß hochziehen, nicht senken, Becken kontrollieren und halten. Halten, weiter atmen, das Knie beugen, abstellen, absenken, locker lassen. Wieder nach oben hochkommen, das andere Knie strecken, Fuß hochziehen, mit dem Becken hier hochkommen und halten. Weiter atmen, Beine wenig senken, halten, halten, Knie beugen, Po absetzen, locker lassen. Halten Sie diese Übung 10 Sekunden und wiederholen Sie sie auf jeder Seite 5 Mal.